Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute meine lieben Freunde machen wir gerade den Allianz Drill, ich weiß nicht wie er auf deutsch heißt, aber er heißt auch wie auf englisch ein Allianz Drill Ich glaube, ich bin mir nicht sicher was für ein Modus ist, aber wie es von der Map aussieht, glaube ich es wird also ein Battleground sein, also Gilde, Camp einfach gegen Gilde, Open Area Und ich bin gespannt, ich habe noch nie bei einem Allianz Drill mitgemacht Das hier ist mein erstes Mal, hier mit der ganzen Gilde sind auf jeden Fall viele Leute Auf jeden Fall richtig geil, ich freue mich, what the fuck ist das? Yo, was ist das für ein Spielmodus? Ich habe es auch nie, noch nie irgendwo gesehen, wird auf jeden Fall geil Wir warten auf jeden Fall eine Minute noch, bis es startet, dann würde ich sagen, Bruder, ich freue mich Oh, ok, 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 10, 9, 8, ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go Oh, ok, Drill, Drill beginnt, ok Ok, was ist das jetzt, was ist das, was ist das? Oh shit Ok Ok Ok, ich habe keine Ahnung, was das ist Ah, ok, jetzt ist einfach nur noch PvP Ok, let's go Controller ist draußen Faktor Controller, ready? Mein Controller ist nicht ready Also Geht doch Fuck, ich hatte kurz Probleme, das ist gar nicht gut Ich hoffe, ich kann nochmal ein Comeback machen Ok Ok, schöner Comeback Nice Zack, platzier Nice Schön gekombot Daddy Nice Schön in eine Come reingebracht Down Down Let's go Let's go Ok, erster Drill gewonnen Nicht schlecht Ok, weiter, weiter, weiter Ich weiß Ich weiß nicht Äh Es ist auf jeden Fall geil Ok, eine Runde ist es nur Bequiet Can no move Ok, wir gewinnen auf jeden Fall gerade Ich habe einen auf jeden Fall gekillt Ok, die sind wahrscheinlich alle down, glaube ich Alle sind down? Ok, beide sind gerade in battle Ok, ich kämpfe gegen den nächsten Der Schon wieder, Daddy Oh bro Oh no Oh no Ok, ich bin auf jeden Fall low life Ok Nice Deko Weg mit dir Komischerweise Sind die ganzen Support Sachen und so mit Ähm, ich kann zweimal Ich habe jetzt vier Turrets Wieso ist das so? Ok, ich sage Ich beschwere mich nicht Diese Turrets Die schmecken auf jeden Fall Nice Ok, 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 ok Sieht gut aus Sieht gut aus Jetzt soll ich nicht Combo werden von ihm Ok, ok, scheiße Fuck Turrets Turrets Macht was Komm Turrets Nice, nice, nice Ok, Combo Turrets Boah Let's go Let's go Ok, der ist down Let's go Zweiter Drill gewonnen Ähm, ich habe auch noch gesehen Das waren übel wenige Das waren echt wenige Ich glaube es waren irgendwie vier oder fünf Und wir waren irgendwie zehn Die armen Aber ich bin auch eine Top-Gilde in meinem Server Deswegen Rest in Peace Ok Äh Ok, alle sind gerade im Battle Ok, es ist auf jeden Fall Die Stärke von Äh, von Heroes Hängt das natürlich davon ab Und vom Skill Ist das irgendwie komisch Dass die Stärke davon abhängt Rip Ok, einer ist tot Ach, es kommen immer mehr Ok Wie lange geht das? Wir haben ja schon 700 Wir haben schon 700 Target in Battle Ok, ich bin im nächsten Battle Diesmal glaube ich gegen einen anderen Das wird schwierig Scheiße Ich weiß, dass er sehr viel Ähm, Power hat Das ist wahrscheinlich ein Lose Weil ich bin schon Äh, sehr low Ok, Rip Wir haben beide schon zwei Siege Das wird auf jeden Fall belastend Ah Und dann noch gegen Shoto Das wird auf jeden Fall sehr Sehr, sehr belastend Wenn es mal anfangen würde Ok Ich wurde leider nicht reingematcht Fork Ok Ich bin aber hier auch noch nicht down Aber Wahrscheinlich die Gegner sind schon alle down Glaube ich Ich habe schon einen Dreier-Win-Streak Ok Kann ich jetzt endlich gegen einen Gegen wen jetzt? Schon wieder Gegen Teddy Bro Wieso spiele ich schon wieder gegen ihn? Naja Rest in Peace Ok Ok, nice Das ist ein guter Komp Gefällt mir Ah, das ist sehr Unnötiger Damage Oh Ok, schade Schade Oh, der macht mir so viel Damage Wahrscheinlich, weil ich so Downgrades bekommen habe Ich weiß nicht warum Ich glaube, ich bekomme mal, wenn man mehrmals gewinnt Ich mache viel weniger Damage als sonst Ok Ok, ich bin wahrscheinlich jetzt tot Die Attack kann man auch nicht ausweichen Das ist sehr dumm Das ist sehr dumm GG Ah, ok Jetzt muss ich mit Deko spielen Ok, interessant Und einfach Charakter switchen danach Ok, gegen Darkies Y Free to play Interessant Ok Ok, ist eine gute Kombo Ok Nein Wie bin ich da nicht rausgekommen Wie schade Oha Was war das für Dashes Keine Chance Oh, die Server sind sehr, sehr laggy leider Nein Bruder, die Server sind anders laggy Bruh, ok Dann würde ich sagen Geht es mit Kirishima weiter Meine Charakter sind jetzt nicht leider so hoch Aber es sieht so aus, wie wir den Drill gerade gewinnen Noch 8 Minuten Und wir sind schon weit im Vorsprung Daddy, schon wieder, ok Kirishima gegen Kirishima Ok, ok Nein Oh, dieser Counter nervt Was Ach so spielt er Weg mit dir Oh mein Gott, Bro Oh mein Gott Er wollte auf Zeit spielen Oh nein Oh Gott Oh Gott Oh Gott Er wollte auf Zeit spielen Hat verloren Aua Naja Warum spielt man auf Zeit, Bro Das ist PvP Und nicht Ich will hier überleben Hm Was, was Ich bin erster Platz Ich bin erster Platz Jawohl Geht doch Yo Ok, ok, ok Yo Jungs What the fuck Ich sag mal so, Digga Mit Kirishima Easy win Nice What the fuck Ich habe hier erster Platz Was ein Kack Nice, 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 nice Ok Unsere Allianz Ist dann weiter vorgerückt Und ich bin erster Platz geworden Bro Holy shit Wie geil Wie geil Wie geil, wie geil Wie geil Holy shit Okay Das war auf jeden Fall Sehr interessant Sehr, sehr geiler Spielmodus Holy shit Das hat so gebockt What the fuck Alter Was haltet ihr davon Das ist auf jeden Fall Richtig geil, finde ich So, dass man mit seiner Allianz Einfach kämpfen kann Das ist so geil Holy shit Hat das gebockt Bro What the heck Dann würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Hat auch mir richtig Bock gemacht Diese Allianz-Drew Dann würde ich sagen Tschüss